Nur wenig höher als der Siegerlandflughafen ist der Kindelsberg. Mit 615 Metern über dem Meeresspiegel ist er das Wahrzeichen von Kreuztal. Um seine Entstehung ranken sich viele Vermutungen. Von einer alten Ritterburg war die Rede. Manche glaubten eine römische Wallanlage zu erkennen. Sogar die alten Kelten wurden bemüht. Heute ist der Kindelsberg ein beliebtes Wander- und Ausflugsziel. Bei einer günstigen Wetterlage hat man eine grandiose Fernsicht, die bis zum Siebengebirge bei Bonn reicht. Der Kindelsbergturm prägt im Übrigen das Label des Kormbacher Bieres. Das in der Nähe gebaut wird. Die Qualität des Siegerländer Wassers spielt dabei eine wichtige Rolle.